Wir haben, Genossen, liebe Abgeordnete, einen außerordentlich hohen Kontakt mit allen werktätigen Menschen in überall. Ja, wir haben einen Kontakt, ja, wir haben einen Kontakt. Ihr werdet gleich hören. Ihr werdet gleich hören. Warum? Ich fürchte mir nicht, ohne Rededisposition, hier Antwort zu stehen. Ich bitte, doch endlich dafür zu sorgen. In dieser Kammer sitzt nichts vorgenommen. Ich bitte, Verzeihung. Das ist doch eine formale Frage. Ich liebe, ich liebe doch alle, alle Menschen. Ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Also ich bitte um Verständnis, wenn ich das gemacht haben sollte, dann bitte ich verzeihung um diesen Fehler. Ich liebe doch alle, ich liebe doch alle, ich liebe doch alle, ich liebe doch alle. Ich liebe doch auch andere. Ich liebe doch. ich liebepress Rentals und